Du hast schon lange nach einer Lösung gesucht, um virtuelle Hintergründe ohne Greenscreen zu erstellen. Du nutzt vielleicht auch schon diese Funktion in Zoom, aber du bist nicht mit dem Ergebnis zufrieden, weil deine Konturen einfach unscharf sind, weil deine Finger ja nicht scharf sind. Du hast Schwimmhäute zwischen den Fingern, wenn du sie hochhältst und das Ganze ist unbefriedigend. Ich habe heute eine Lösung für dich, die dich vor einem virtuellen Hintergrund wirklich absolut professionell aussehen lässt und du wirst deine Zuschauer damit überraschen. Denn das Tool, was ich entdeckt habe, heißt WeCam von xSplit. Damit kannst du einen virtuellen Hintergrund einblenden, auch wenn du keinen Greenscreen hinter dir hast. Ich habe nämlich momentan auch keinen hinter mir. Und die Konturen bleiben wirklich so scharf, wie du das an meinen Fingern erkennst, ohne dass irgendetwas verwischt oder verschwimmt dabei. Ich bin Sabine Schmelzer und wenn du mehr solcher Videotipps haben möchtest, dann abonniere meinen Kanal. Viele Menschen verwenden schon virtuelle Hintergründe für ihre Videos durch die Funktion, die Zoom uns zum Beispiel bietet. Aber oft sind die Ergebnisse nicht zufriedenstellend, wenn du keinen Greenscreen hinter dir hast, weil deine Haare sind verschwommen, deine Konturen sind verschwommen und sobald du dich bewegst, verändert sich dein Videobild. Und das wirkt einfach nicht professionell. Aber mit dieser Software, die ich dir heute vorstellen möchte, WeCam von xSplit, kannst du ein virtuelles Bild erzeugen, das in dein Zoom eingespeist wird, mit dem du wirklich super gut dargestellt wirst vor der Kamera. Und ein ganz wichtiger Punkt, es gibt einen automatischen Enabler für dein Videobild, der dich immer groß macht in deinem Videobild, sodass du gut im Bild zu sehen bist und damit wirklich absolut professionell rüberkommst. Aber lass mich das Ganze zeigen, wie das Ganze in WeCam und xSplit ausschaut. Dazu teile ich mal meinen Bildschirm und als erstes möchte ich dir mal die Webseite von WeCam zeigen. Du siehst xSplit.com.de. Hier kannst du dir das Ganze herunterladen und erst mal gratis testen, ob es für dich passt. Ja, und ich habe hier jetzt mal beide Bilder geöffnet, mein Zoom und die Oberfläche von xSplit.com, um dir zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Zum einen kannst du hier neue Hintergründe hochladen und auswählen. Entweder eine Mediendatei, das heißt ein Bild, ein YouTube-Video oder auch eine Webseite einblenden. Du kannst auch auf unsplash nach kostenlosen Hintergrundbildern suchen. Und du siehst, ich habe hier schon meine Hintergrundbilder, die ich normalerweise benutze, hochgeladen und kann dann hier ganz einfach auswählen, welches ich davon benutzen möchte. Ich zeige dir jetzt mal, wie mein Hintergrund aktuell aussieht ohne Greenscreen. Greenscreen und du siehst, das ist eine USB-Kamera, die ich auch auf meinem Bildschirm drauf habe, einfach um dir das Ganze zu demonstrieren. Die hat ein bisschen so einen Weitwinkeleffekt und deshalb kann ich sie nicht so gut nutzen, wobei es mit xSplit jetzt auch funktioniert. Also kein Greenscreen, mein normaler Hintergrund. Und wenn ich hier xSplit auswähle von WeCam, dann siehst du meinen virtuellen Hintergrund. Und das Coole ist, ich habe keine Fischhäute zwischen meinen Fingern und meine Konturen sind wirklich scharf. Was kannst du noch alles machen in WeCam? Hier wählst du zum einen deine Kamera aus und du siehst, ich habe hier mein HTC, das ist mein Smartphone, ausgewählt. Das muss beides im gleichen WLAN sein, damit du das verbinden kannst. Das ist das eine, was du machen kannst. Du kannst deinen Hintergrund auch verschwimmen lassen, dieser sogenannte Blur-Effekt. Du siehst, das sieht dann aus wie bei einer Spiegelreflexkamera. Je mehr du das einstellst, desto mehr verschwimmt der Hintergrund. Das ist eine Funktion, die wir jetzt auch in Zoom haben. Aber wenn du andere Programme benutzt, wie zum Beispiel Ecam, was ich ja auch benutze, kannst du hier mit deinen W-Hintergrund verwischen. Und hier in den Settings, da gehen wir jetzt mal rein. Da hast du eben auch diese Zusatzfunktion, das Auto-Framing, wo er dich immer groß ins Bild setzt. Ich schalte das mal aus und du siehst, dann bin ich etwas seitlich verrückt, etwas kleiner und noch gravierender wird es, wenn ich eine andere Kamera auswähle. Dann versetzt er mich an eine ganz andere Stelle und jetzt schalte ich das Auto-Framing mal wieder ein. Und du siehst, die Software macht mich schön groß, setzt mich groß ins Bild. Und ich wechsle jetzt wieder auf mein Smartphone als Kamera, weil das einfach eine noch bessere Kamera hat als meine externe USB-Kamera. Du kannst auch das Licht verbessern. Das macht er automatisch. Falls du nicht so gutes Licht hast, kannst du das an- und ausschalten. Auch das hilft dir, dass du gut aussiehst vor der Kamera. Und du siehst auch, er hat so ein bisschen einen Hautglättungseffekt, wie Zoom das ja auch kann. Dazu habe ich schon mal früher ein Video gemacht. Das verlinke ich dir. Ja, das ist alles, was du brauchst, um W-Camp zu nutzen. Mehr kannst du gar nicht einstellen. Mehr brauchst du nicht einzustellen. Und in Zoom musst du einfach hier dann XSplit W-Camp auswählen. Und damit nutzt er das, was W-Camp in Zoom zur Verfügung stellt und zeigt dich mit deinem virtuellen Hintergrund als Bild. Ein kleiner Wermutstropfen ist noch dabei. Das Ganze gibt es nur für Mac momentan. Aber ich bin sicher, das wird es auch bald für Windows geben. Ich stoppe mal das Bildschirm teilen. Ich finde es eine coole Sache, weil ich jetzt jederzeit, auch wenn ich unterwegs bin, meinen virtuellen Hintergrund, den ich normalerweise habe, einblenden kann, ohne dass ich einen Greenscreen mit mir herumschleppen muss. Und die Qualität, du siehst es an meinen Fingern, erkennt das wirklich super gut, ist auch wirklich gut. Also, wenn dir das gefällt, gib mir gern ein Like und abonniere meinen Kanal, um noch mehr solcher Tipps in Zukunft zu bekommen. Bis zum nächsten Mal, eure Sabine. Tschüss.